Dünnstes Apple-Produkt ever, dünner als der iPod Nano. Das war so lustig, weil ich war wirklich kurz baff, ob ernsthaft das Wort iPod Nano gefallen ist. Ich war völlig verwirrt davon, ehrlich gesagt. Und das Lustige ist, ich konnte es nicht zuordnen, weil ich iPod Nano gesagt habe. Ich hatte in meinem Kopf den iPod Touch. Das war völlig irre, wo ich dachte, ja stimmt, der war, der hatte damals ja nicht mal eine Kamera. Der war vor allem auch sehr, sehr dünn, der iPod Touch. Der iPod Touch und das iPhone 6, die waren auch sehr dünn und die waren auch so ein bisschen verbiegungsfreundlich. Und habe ich geschaut, also das ist noch ein Millimeter mehr, was der iPod Touch dann draufgebracht hat. Zumindest laut dem schnellen Googeln und so. Und jetzt sind wir bei diesen 5 Millimetern. Sie hätten ja sagen können, das ist mehr dünn denn je iPad. Ich habe auch gesehen, dass die deutschen Übersetzer für die Produktseite, die haben sich da auch ganz schön gespielt. Also die Übersetzungen so für die Produktseite vom iPod Touch. Leistungsunglaublich. Diese Wortspiele meinst du? Leistunglaublich. Leistunglaublich. Sogar Leistunglaublich nur. Ja, Leistung. Da haben sie sich ein bisschen gespielt. Aber gut. Ist sehr dünn. Und iPad Pro mit M4 kommt daher. Die Gerüchte haben gestimmt. Also das M4 scheint so ein Ding zu sein, dass sie da jetzt draufgehen, weil der M3 und der Prozess, auf dem der M3 gebaut wird, weil der so ein Stopgap war. Das war so eine Zwischenlösung von TSMC offensichtlich, die teurer und schlechter ist und die gleich wieder raus kann. Die Theorie ist ja so ein bisschen, dass sie das gebaut haben und dann während der Herstellung festgestellt haben, dass das halt so nicht weitergeht. Also dass das irgendwo so eine einmalige Geschichte ist. Das war aber dann schon, dass Apple da irgendwie schon ein Jahr drauf gewartet hat und dann gesagt hat, jetzt, also, weiß du nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Kunden, von denen immer gesprochen wird, Apple ist ja heute Hauptabnehmer, dann halt gesagt hat, wir wollen jetzt aber den Prozessor in der Größe haben und dann haben sie dann halt durchgezogen, wohl wissentlich, dass der nächste Prozess für diesen Chip halt da nicht kompatibel ist und dann nochmal neu angefangen werden musste und dadurch war der halt auch sehr teuer scheinbar. Und wer die Kosten gegessen hat, da gab es auch so lustige Gerüchte drüber, also entweder hat Apple, Apple wird die wahrscheinlich nicht gegessen haben, diese Kosten. Da gab es so eine Geschichte, dass bei TSMC in den Verträgen, so steht so eine, gibt es so eine Klausel, wer zahlt den Ausschuss? Normalerweise zahlt das der Auftragnehmer und in dem Fall zahlt das halt TSMC, weil die haben da voll keinen Bock, da das Geld in TSMC reinzupumpen für kaputte Chips. Wer hätte das denn schon? Und wenn halt TSMC sagt, nee, machen wir nicht, dann sagt halt Apple, ja, dann geht halt weg. Was aber auch ein schwieriges Verhältnis ist, weil wer sonst denn sonst macht? Wo gehst du hin, ne? Wo gehst du hin? Aber beim M4 zahlt es ja der Kunde. Ja gut. Am Ende zahlt der Kunde, gewagte Theorie. Aber es ist eine interessante Entwicklung, weil das war letztes Jahr einfach, das war so ein, naja, das war so zwei, drei Insider, die über diesen Prozess einfach berichtet haben. Und ich meine, das geht ja normalerweise so echt an dir vorbei und das ist auch für mich so zwei Liegen einfach zu hoch, da nachzuvollziehen, wie diese Prozesse heißen und etc. Aber es ist interessant, einfach die Entwicklung zu sehen, dass dieser Prozess einfach so eine Einbahnstraße war und die sich trotzdem durchgezogen haben, dass der teurer war und dass sie jetzt sozusagen mit dem M4 auf einem zukunftsfähigen Pfad sind und der wahrscheinlich dann auch schnellstmöglich in alle anderen Geräte wandern wird. Und das sind aber, wenn ich das richtig einschätze, dann sind das halt auch nicht hunderte von Dollar oder sowas, sondern das sind halt so, weiß nicht, 20 versus 25 Dollar, was der Chip dann kostet am Schluss. Und das ist genug, dass Apple halt dann trotzdem lieber den neueren, besseren nimmt. Und dann kommt halt, das wissen wir auch nicht genau, wann ist halt diese, wann wird quasi die Entscheidung getroffen, welcher Chip in welches Gerät rein kann und rein muss. Wenn jetzt zum Beispiel das stimmt, dass also die neue Display-Engine für das doppelte OLED, dass das nur im M4 drin ist, dann geht da kein M3 rein. Dann muss, wenn das iPad raus soll und das im Doppel-OLED kommt, dann muss da der neue Chip rein. Mit Display-Controller und so weiter, ne? Ja, Display-Controller, der das unterstützt. Und wann der das, wann diese M4 dann in den iMac rein wandert, ist dann völlig wurscht, weil der spielt da auch mit. Ja, der kann dann da auch drin laufen, aber dann ist halt da irgendwo ein Punkt erreicht, wo Apple entscheiden kann, wann fallen die Chips in welcher Menge aus TSMC raus, was kosten die uns, welche unterstützen welches Produkt und welches Feature. Und wenn der iMac halt, das haben wir auch früher mal gesehen, dass halt der Mac Mini jahrzehntelang nicht geupdatet wurde, weil von Intel kein neuer Chip kam oder kein Druck, da war ein neuer Chip von Intel einzubauen. Und so ist es jetzt halt hier so ein bisschen auch, aber sie haben es mehr unter Kontrolle. Aber nachdem wir jetzt erst so zweieinhalb Generationen da einen Verlauf sehen, haben wir noch keine großen Spielregeln, was, wann Apple wie macht und so. Es gibt halt einfach keine, vielleicht wird es die auch in Zukunft nicht geben, weil es ist halt eben auch abhängig von TSMC und wie sie halt mit ihren Prozessen vorankommen, wie schnell das alles geht und wo sich es halt lohnt und was sie dann, welche Chips sie dann halt damit machen und in welche Geräte sie diese Chips bringen. Und da haben sie sich halt offensichtlich im letzten Herbst dazu entschieden, halt das iPhone abzudecken und dann natürlich die MacBooks und jetzt halt gerade nochmal das MacBook Air hinterher, aber zum Beispiel nicht die Desktop Maps, die halt alle auf dem M2, also iMac mal ausgeklammert, die, aber die großen, naja, die großen, die flachen Desktop Maps und den Mac Pro, die halt auf dem M2 verblieben sind. Die wurschteln ja auch offensichtlich selber noch an dem Konzept, wie sie jetzt wann welche Designs in Silizium gießen lassen und wann nicht und so hat man beim M1 gesehen, dass dort die Dyes wiederverwertet wurden und abgesägt und mehr Ausschuss vom M1 dann in andere Geräte verpackt wurde und das haben sie beim M2 schon nicht mehr gemacht. Also da sind jetzt eigene Dyes und eigene Designs, die jeweils Millionen kosten, die quasi die, wie sagt man auf Deutsch, die Stencils oder die Vorlagen in die Maschine reinzuklemmen, das ist quasi das Stempelchen, um die Chips dann daraus zu stanzen. Die sind sehr teuer und das Design ist sehr teuer und haben sie sich aber für ein M2 dafür entschieden, dann trotzdem mehr solche, die Lithographie neu zu machen und dann aber hinterher an der Produktion zu sparen, weil du weniger Siliziumausschuss hast. Was schon irgendwer bezahlen muss, ist vielleicht auch in TSMCs Interesse, wenn der Vertrag so gestrickt ist, dass TSMC auf den Kosten für das weggeschmissene Silizium dann sitzen bleiben würde. So, auf jeden Fall ist es dadurch jetzt durch das duale, durch das doppelte OLED halt heller und nicer und alles und braucht den, OLED, genau und braucht den, braucht den, den, den Dingens, ich stehe voll auf der Leitung. Den Display-Controller meinst du? Tandem, Tandem heißt es. Tandem OLED, ja. Tandem, guter, guter Name. Nein. Ne, ist es nicht mal Apples Name, das heißt einfach so. Ja, das ist ein Industriename. Das könnte halt einfach ein Apples Name sein. Ja, ja, das Ding ist das Trickige. Es ist lustig, dass sie den verwendet haben, ohne sich einen eigenen aufzudenken, das ist das sehr Interessante daran. Das ist gut auf neu. Weil es einfach ein guter Name ist, auch wenn Basti das nicht bestätigen würde. Ja, aber sie sagen ja selber, sagen sie ja auch irgendwie Ultra XDR zu dem Ding. Ja, was Quatsch ist. Das ist, aber diese Namen tauchen einfach aus und du weißt nicht, welcher der offizielle, industrieweite genutzte Name wird und welcher Apples eigene Erfindung ist, das ist halt lustig. Aber nur ganz abschließend zu den Chips, es ist halt echt interessant, weil wir kommen aus dieser Intel-Zeit. Wir alle kommen aus dieser verdammten Intel-Zeit, wo einfach klar ist, okay, Intel macht einen neuen Prozessor und der heißt halt so und er ist einfach schneller als der alte und es geht halt immer so weiter. Und jetzt nach ein paar Jahren M-Chips kannst du einfach nicht, kannst du noch keinen Rhythmus feststellen. Und es wäre einfach auch falsch zu sagen, irgendwie so, also du, der M4 ist jetzt in allen Bereichen besser als der M3, als der M2 und so weiter. Natürlich, der Geschwindigkeitszuwach, der besteht schon, aber es sind halt echt sehr unterschiedliche Chips. Und also ich bin mal sehr gespannt auf die Benchmarks, die für den M4 dann rausfallen. Und es geht halt schon irgendwie weiter, aber noch hat Apple halt kein System erkennen lassen, wie die, ob es eine Regelmäßigkeit, ob es einen jährlichen Rhythmus etc. gibt. Und also daher, ich glaube, es ist halt, weil die alle aus der Intel-Zeit kommen, ist halt irgendwie so, oft die Frage wird aufgeworfen, ja, aber guck mal, jetzt ist der M4 schon draußen und die Vision Pro hat nur ein M2. Aber das ist halt falsch gedacht, glaube ich, weil die halt sehr spezifisch dann auch auf dieses Produkt zugeschnitten sind. Jetzt zumindest in den Anfangsjahren, wo Apple die eigenen Geschichten macht. Und du kannst halt nicht sagen, der M4, den kannst du nicht einfach in die Vision Pro kleben und dann klappt der da, sondern der muss halt, der ist halt unter anderen Voraussetzungen funktioniert der. Und der Display-Controller ist jetzt so eine Geschichte, wo man sagt, okay, der musste jetzt, also der M4 musste jetzt fertig sein, um in die iPads zu kommen, weil der dieses Tandem OLED steuert. Da gibt es ja noch mehr Kleinigkeiten, so jetzt, sie bauen ja offensichtlich, sie überlegen sich, was sie für neue Kerne haben möchten. Sie nehmen sich ihre ARM-Lizenz und bauen an diesen ARM-Dingens irgendwas dran, zum Beispiel jetzt auch neue ML-Support, wo noch nicht ganz klar ist, was der tun soll. Vielleicht sind das nur irgendwie drei neue Matrix-Operationen, die sie dort reinpacken können oder irgendwas, das sehen wir dann. Aber die Frage ist so, sind diese neuen Prozessoren, sind die jeweils komplett rückwärtskompatibel? Also könnten sie auch den M4 in die Vision Pro reinstecken? Vielleicht ja, vielleicht nein, wissen wir nicht. Oder ab wann lohnt sich das für Apple, die neuen Prozessoren in die alten Geräte reinzubringen? Weil die Fabrik, die jetzt die M1 immer noch rausschraubt, die macht das jetzt sehr viel besser und sehr viel billiger als vor ein paar Jahren. Also können sie halt da auch dieses Ding fahren, dass sie jetzt ein, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch ein iPad Air M1 produzieren oder nicht für irgendwas. Könnte ja sein. Also iPad Air, also es sieht ja so aus, als würden sie das MacBook Air M1 für den Rollmarkt tatsächlich noch weiter produzieren. Also zumindest macht es den Eindruck, vielleicht ist irgendwann da auch Feierabend, aber dadurch, dass Walmart das verkauft, scheint das ja eine Geschichte zu sein, dass das nicht einfach nur Restebestand, Abverkauf ist, sondern vielleicht eine Gruppe. Also wir werden es sehen, also ich meine, wenn das jetzt in zwei Monaten aus Walmart verschwindet, dann war es halt wirklich irgendwie Resterampe, aber wenn das noch länger da ist. Ja, und halt auch, also die restlichen Teile, die sind ja alle nicht irgendwie besonders speziell oder irgendwas, also Display und Tastatur und die Alu-Cases, das kommt alles weiterhin unbegrenzt irgendwo rausgefahren. Und wenn die Chips halt immer billiger werden, dann sind halt auch diese alten Geräte, die jetzt für einen billigeren Preis langsam rausgehen bei Walmart oder hier bei Notebooks billiger oder was das hier war, bringen die halt trotzdem noch die gute Marge für Apple. Ja, 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 auf jeden Fall. Naja, und die anderen Chip-Geschichten, wann jetzt halt dann davon jetzt von dem M4 die größeren Varianten kommen und wann der einfache M4 in die Mac-Produkte rüber wandert, können sie sich jetzt einfach aussuchen, glaube ich mehr oder weniger, je nachdem wann, wann halt da der Output von TSMC hoch genug ist. Ja, ich bin halt neugierig, ob wir jetzt einen überraschenden Sprung sehen. Also ich meine, nach Germans Prognosen, und German lag ja jetzt mit seinem M4 im iPad Pro extrem richtig und ist da auf, glaube ich, ziemlich massiven Widerstand gestoßen mit seiner Prognose. Also insofern ist das natürlich jetzt spannend zu beobachten, ob wir tatsächlich schon auch sehr schnell zum Beispiel halt ein Mac-Studio mit einem M4, der aber dann natürlich gleich einen M4 Max oder sowas bräuchtet. Also das heißt, da sind wir vielleicht schon zwei Schritte zu weit und so weit ist Apple halt vielleicht auch einfach nicht. Das heißt, die logische Annahme, und das war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, Germans Prognose, war ja praktisch, dass wir im Herbst dann einfach eben wieder ein neues MacBook Pro bekommen. Und damit geht es dann halt los, dass die Macs halt auch auf die M4 Schiene umziehen. Also so wie halt das MacBook Pro jetzt im letzten Herbst mit dem M3 halt eingestiegen ist, sehen wir dann dasselbe Spiel plus minus nochmal mit dem M4 in diesem Herbst. Plus und dann halt schrittweise auch alle anderen Macs mit verschiedenen Variationen dieses M4 Chips. Und das ist schon, also es ist schon faszinierend, dass sie tatsächlich dieses Signal halt gesetzt haben, den jetzt in das iPad Pro einfach zu setzen. Und sie hätten den ja auch einfach, also sie hätten ihn auch eben spezifisch M4 zu nennen und nicht irgendwie M3X oder sowas. Das hätten sie ja auch, hätten sie ja alles machen können. Aber nein, es ist einfach wirklich, er ist als M4 gelabelt und damit ist das Signal halt auch nochmal, haben sie nochmal mehr unterstrichen. Das iPad Pro ist uns sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Produkt in unserem Lineup. Das ist nicht einfach nur so ein Produkt, was halt irgendwie auch mal einen Chip bekommt, der sonst im Mac drin ist, sondern. Vor allem, sie konnten es ja mit dem M2 vergleichen, was total legitim ist, weil das M2 der letzte Chip ist für das iPad. Also der M3 steht eigentlich gar nicht zum Vergleich, weil der ja nie in einem iPad war. Und deswegen fallen die Vergleiche natürlich auch entsprechend gut aus. Also ich sage mal so, es ist legitim, nur diesen Vergleich zwischen M2 und M4 anzustreben, auch wenn er gleichzeitig sehr positiv für Apple sich gestaltet. Ich meine, die Vergleiche, die sie gezogen haben, die waren aber wild, weil sie haben ja teilweise nicht mit dem M2 verglichen, sondern mit unserer ersten Neural Engine, die vor 700 Jahren bildet es jetzt zehnmal so schnell. So, ja, super. 64 mal so schnell. So, nicht nur zehnmal so schnell. Im Vergleich zum A11 haben sie gemacht. Ja, ja. Ja, gut. Und zum iPad Pro 1 von 2018 oder was das war. Ja, ja, da gab es auch irgendwelche Parallelen. Das können sie schon machen. Es wären halt so beschriftete Graphen mit Performance, wäre halt so ganz, ganz praktisch und so. Ja. Auf dem iPad ist auch wurscht, weil du kannst eh nichts damit anfangen, insofern. Jetzt hast du vorgegriffen. Ja, habe ich, habe ich, aber das musste jetzt sein. Sie haben also, Sie haben hier Tim Millay rausgeholt, der dort in einer neuen Version von dem Lab steht. Hinten sehe ich da, sind es Racks voll hochkant stehender Mac Minis. Kann das sein? Sehr, 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 sehr viele Mac Minis möglicherweise. Und ich glaube auch in seinem, in seinem Lab dort sehen wir hier zum ersten Mal Mitarbeiter, die dort arbeiten. Weil bisher waren das immer leere Labors. Ja, wenn so Johnny rausgekommen ist. Ja, und nicht nur Mitarbeiter, sondern einer hat auch eine Vision Pro. Ja, zuerst nicht. Zuerst hat er keine auf und dann wechselt der, der da hinten, hinten links in der Ecke, der macht da irgendwas. Der hat ihm einer gesagt, jetzt ziehen wir die Vision Pro an und gehen wir nach hinten, nach links. Und da haben auch Leute rausgesucht, was das für ein Tisch ist und dass eigentlich diese, diese hohen Hocke zum, also die Barhocke für die zur Arbeit, sind die furchtbar oder super für den Rücken? Super, super, ja, perfekt. Ja, also da hätte auch sicher so eine deutsche Arbeitssicherheits- und Ökonomiebehörde überhaupt keine Einwände gehabt. Nach drei Monaten müssen die Leute da auf so einer Trage rausgetragen werden, wenn sich einfach alle an drei Stellen in den Rücken brechen. 30 Sekunden später in dem Video hat er die Brille auf, da hinten in der Ecke. Und so schnell, weiß nicht, ob der Wechsel so flüssig gehen würde. Außerdem natürlich offensichtlich Promoshort, weil er nur das gestrickte Band hat und nicht den Doppelstreifen. Ja, also keine ernsthafte Arbeit möglich ist mit dem gestrickten Band. Naja, ansonsten stehen da so iPad-Prototyp-Boards und so Zeug rum, das ist alles ganz lustig zu sehen. Es ist aber der gleiche Aufbau wie sonst auch die meiste Zeit mit irgendwelchen lustigen Schraubenziehern und Lötkolben und solche Sachen. Das ist alles ganz lustig. Da hinten übrigens ein gleicher Shot in der gleichen Reihenfolge, da hinten im Eck fehlt der Typ. Das ist auch nicht richtig zusammengebaut. Egal. Nochmal zurück zum Display. Also Tandem OLED, sehr dünn, sehr hell, sehr nice. Farben sollten richtig sein. Er sollte weniger Strom verbrauchen. Wir haben jetzt noch nicht gesehen, wie viel. Also Akkulaufzeit ist angegeben, weiterhin mit den gleichen 10 Stunden wie immer. Was jetzt tatsächlich an Akku da rein muss, müssen wir mal sehen. Ja, was vor allem enttäuschend ist unterm Strich. Also einfach, weil jeder, der iPads benutzt, weiß, dass diese 10 Stunden schnell weg sind, wenn du das iPad wie ein Laptop benutzt. Also im Dauereinsatz und wenn du ernsthaftere Sachen mit dem iPad machst, dann, glaube ich, kommst du auch oft deutlich unter diesen 10 Stunden raus. Und das ist halt, wenn du dir jetzt eben die aktuellen Generationen von MacBook Pro und MacBook Air anschaust, dann sind diese 10 Stunden eigentlich ziemlich wenig. Selbst wenn du diese 10 Stunden erreichen solltest, das ist eigentlich zu wenig. Und deshalb ist halt so ein bisschen bei mir schwingt die Frage mit, so schön das jetzt ist, dass das halt so super dünn geworden ist, dünner als der iPod Nano, wäre es nicht irgendwie besser gewesen, das ein bisschen dicker zu lassen und irgendwie ein bisschen mehr Akku rein? Vielleicht ist es auch, wäre es ein, also das sehen wir in einer Woche auf YouTube, wie stabil das dann ist, wie gut es sich denn verbindet. Das sehen wir als allererstes in einer Woche auf YouTube, weil da wird gebogen, dass sich die Balken fliegen. Ja, also das kann man sicherlich in der Mitte durchknicken, dann hast du das erste Foldable von Apple. Richtig, richtig, richtig. Halt Foldable Ones, aber sonst. Und die, wenn du es in eine Tasche steckst und du lehnst dich halt daneben oder du lässt es auf dem Sofa liegen und jemand setzt dich drauf, dann war das schon immer kaputt. Also man konnte iPads schon immer in der Mitte durchbiegen. Ja, also wobei ich diese 10 und 11 Zoll iPads, die so jetzt auch das iPad Air mit 11 Zoll oder das iPad 10 empfand ich immer als relativ stabil. Klar, also ich meine, die wirst du schon irgendwie auch rächen können, wenn du es halt drauf anlegst. Aber so diese Couch-Problematik, so iPad liegt auf der Couch und jemand setzt sich drauf, da hatte ich immer den Eindruck, dass die doch das ganz gut wegstecken. Aber bei großem iPad Pro hätte ich da auch ein bisschen mehr Sorgen, muss ich sagen. Werden wir auch sehen, wenn man es zerlegt, ob da irgendwelche Rippchen drin sind, damit das ein bisschen stabiler wirkt. Aber gut, es muss ja sowieso offensichtlich einen Tastaturcase reinhören, gibt das wenigstens die Stabilität. Ja, und das ist ja jetzt richtig stabil dann wahrscheinlich. Hoffentlich dann das neue. Ja, ich meine, dieses iPad, das war ja an sich so für sich genommen, wenn man es blank und nackt hat, ist es trotzdem sehr handlich und dünn, die aktuelle Generation, die ich verwende. Ja, mit der Tastatur wird es halt dann sehr schwer. Also die Tastatur und das Magic Keyboard drumherum, das macht es halt schon schwer. Und es ist halt ein Kompromiss, wie das jetzt gelaufen ist. Also ich würde ja auch dem zustimmen, dass wir jetzt, also der Mac kann ja nicht so viel mehr als das iPad, aber diese Batterielaufzeit, ja, auf die schaue ich schon neidisch, weil das, was Leo sagt, ist absolut gerechtfertigt. Also das, gerade wenn die irgendwie die Bildschirmhelligkeit hochdrehen und ich mache so ein bisschen was mit dem Pencil und dann läuft da vielleicht ein Video vielleicht nicht in dem optimalen Codec und weißt du ja gerade, dann ist das auch begrenzt einfach mit der, also Kamera wird ja zum Beispiel einfach nie verwendet beim iPad, das kann man wirklich nicht. Aber die gesamte Bildschirm, wenn es so weitergeht, hat es auch bald keine mehr. Das ist sehr ernsthaft was, wo ich sagen muss, kommen wir gleich gleich noch zu, aber die können sie wirklich komplett streichen für mich. Also das können sie nicht ganz streichen, haben sie jetzt aufs Minimum reduziert, muss man sagen. Aber da hätten sie wirklich an Dünne wirklich nochmal echt einsparen können, weil das, das war, oder haben sie ja jetzt letztendlich mit dem, dass der Ultrawaldwinkel rausgeflogen ist und das ist absolut der richtige Schritt, weil die Kameras, die waren noch nie spektakulär und man muss einfach sagen, irgendwie so, es ist ganz cool, dass es drin ist, weil du halt wirklich mal eine Sache scannen musst oder du willst vielleicht einen QR-Code scannen oder, also eine Kamera zu haben, rückseitig, hat schon irgendwie seine Berechnung, aber es muss halt keine gute Kamera sein und die kann halt auch echt flach sein und jetzt, wie sie es jetzt beschränkt haben, also es ist ein Rückschritt zu gehen, ist meines Erachtens der komplett richtige Weg. Du brauchst dir halt irgendwas, brauchst du auch für Rückseite, für deinen LiDAR-Scanner und wenn du halt 3D-Modelle und das macht halt auch niemand. Also deswegen auch so die Frage, so der Face-ID-Scanner ist so teuer. Ja, der LiDAR-Scanner ist auch teuer, benutzt wahrscheinlich fast niemand nie, weil niemand auf dem Tisch mit Lego spielt, wenn er da mit dem Ding um den Tisch rumrennt. Ja, aber ich glaube, Apple hat da wirklich diese Verticals im Kopf. Ja, das sind dann echt die paar Architekten, die damit irgendwie rumrennen und halt irgendeine Einrichtung planen. Die wird es schon geben. Also ich glaube, dass die nicht einfach nur in Apples Werbefilmchen rumspringen. Das ist schon eine Zielgruppe, die da ist und die halt auch einfach diese 3.000 Euro für das iPad Pro dann ausgeben. Also insofern... Spoiler. Ja, insofern sehe ich eine gewisse Berechtigung dafür, dass dieser LiDAR-Sensor da halt mit drin ist. Also ich glaube, dass der... Ansonsten gebe ich dir völlig recht, dass den wahrscheinlich wirklich fast niemand dort benutzt. Naja, also der war halt wichtig, so aus Apples Sicht eine Weile jetzt, um auf die Vision Pro vorzubereiten. Aber die ist halt so im Moment zumindest halt weiterhin null wichtig für nichts. Ja, sondern das ist halt so, was auch immer das sein mag. Aber Tim hat auch gesagt hier, ich hatte es mir herausgeschrieben, weil er sagte, die Vision Pro ist out in the world. Also halt die drei Leute, die sich deportiert haben, aber sonst ist das nur in den USA unterwegs. Ja, ja. Also es war sehr lustig, dass er da sehr viele Sachen gesagt hat und dann man drauf... Oder zumindest ich drauf gewartet habe, dass er sagt so, und jetzt kommt sie in diese und diese und diese und diese Länder. Und das kam einfach nie deshalb. Das ist einfach nur irgendwie einfach so abgehakt worden. Das ist halt die Frage, ob sie... Also ernsthaft, ich muss nicht da zurückgehen, aber die Frage ist ernsthaft, kommen sie jetzt zur WWDC und sagen irgendwie, jetzt kommt sie? Weil die Chance hätte ja jetzt bestanden eigentlich, gerade mit dieser, naja, auch europäischen Ausrichtung. Also, oder das sind ja die annehmbaren nächsten Länder, wo du sowas halt dann... Ja, und die hatten ja die in London, die hatten ja nicht nur die europäischen Journalisten, sondern auch die ganzen asiatischen Journalisten. Und ich meine, Japan und China sind ja sicher super Kandidaten dafür, dass das Ding da halt auch jetzt an den Start geht. Japan halt gerade nicht, weil denen die Währung explodiert ist. Also in die falsche Richtung. Das heißt, in Japan ist das jetzt alles sehr, sehr viel teurer geworden. Also die japanischen Preise möchte ich überhaupt nicht sehen. Ja, gut. Naja, das iPad Pro mit M4, das kommt eher... Also mit dem M4, das kommt mit dem OLED-Display, das kommt optional mit der Nanotexture, die wir so ähnlich auch vom Studiodisplay und vom XDR kennen. Mit dem Unterschied, dass halt das jetzt zum ersten Mal ein Touchgerät ist. Touchgerät ist halt... Also, weil die bisherigen Nanotexture-Bildschirme solltest du auf keinen Fall anfassen. Ja, ja, korrekt. Mit nichts. Mit deinen Fingern nicht, mit Putztüchern nicht, mit gar nichts. Sonst sind sie nämlich nicht mehr so Nanotexture. Jetzt möchte man hoffen, dass diese Nanotexture, die da drauf ist, wenigstens Finger und den Pencil überlebt. Ist ein komplett anderer Prozess. Ist es nicht vorstellbar, dass sie sich da sehr vertan haben und das dadurch kaputt gehen kann. Vielleicht ist es vom Feinwurfen-Team gemacht. Zusammen mit dem Team von der Kamera aus dem Studiodisplay. B-Team. D-Team maximal. Aber ganz ernsthaft, also warten wir mal auf nächste Woche. Aber für mich sieht alles danach aus, dass du das nicht haben willst. Wahrscheinlich nicht. Also, es gibt sicherlich Leute, die da unter ganz ungünstigen Bedingungen im Sonnenlicht arbeiten müssen, den ganzen Tag. Und da ist es vielleicht auch nicht so wichtig, wie da Kontrast und so weiter sich gestaltet. Aber das ist ein super spezielles Feature für eine wahrscheinlich super spezielle Zielgruppe. Wenn du diesen fantastischen Bildschirm kaufst für, Spoiler, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, dann willst du den nicht dir einfach matt den Kontrast verderben lassen. Also, ich meine, warten wir mal auf so richtige Hands-on-Berichte, weil die jetzigen, das war ja alles so ein bisschen auch mit nettem Licht und so weiter dort, was wir bislang gesehen haben. Es hilft halt definitiv, aber der Kompromiss, jetzt durch den neuen chemikalischen Prozess, der da scheinbar stattgefunden hat, der ist halt sehr groß. Der ist halt ernsthaft groß. Also, das sah mir nicht attraktiv aus. Also, da musst du deinen ganz speziellen Anwendungsfall haben. Weil das hast du auch beim Studiodisplay, hast du ja auch die Option. Und also klar, wenn du halt irgendwie dein Arbeitsplatz gezwungen an einem Arbeitsplatz ist, wo der Sonne irgendwie von der Seite die ganzen Tag reinschaut und du hast keine Möglichkeit und so weiter, dann hilft das natürlich. Aber der Kompromiss ist super hoch und du machst diesen Bildschirm, der sehr fantastisch zu sein scheint, dann definitiv schlechter. Also, bekommst du halt, wenn so irgendwo, das hat man in den Videos ganz gut gesehen, so den Vergleich, so zwei iPads nebeneinander mit und ohne und drüber sind halt so Spotlights, so LED-Spotlights oder sowas, die werden halt diffus, die einzelnen Punktquellen werden halt diffus und dadurch geht halt der Kontrast in Eimer. Ja, da hast du halt dann auch nicht mehr eine Punktquelle von der Lampe oder so, dann hast du halt so einen weißen Blob, wo es schwarz sein sollte. Da hast du halt ein schönes OLED. Also, du darfst es nur im Dunkeln betrachten dann. Und selbst in der anderen Richtung hast du ja eine kleine Diffusion drin. Wir haben das ja mit dieser Folie hier ähnlich. Und was mich ja noch interessieren würde, ob sich auch die Haptik dann ändert von dem Ding mit dem, also gerade mit dem Pencil zusammen. Besser als die Folie müssen sie sein, weil du siehst irgendwann auf der Folie, siehst du halt, dass da ein Pencil drauf schreibt immer wieder. Also, das nutzt sich halt anders ab als dieses glatte Ding. Das wäre natürlich jetzt schon sehr schön, wenn die das nicht machen würden. Auf der anderen Seite, also wie du vorhin schon gesagt hast, Alex, also das musst du schon sehr wollen. Und du kriegst es ja auch nicht auf den billigen Plätzen vom iPad Pro, sondern du musst ja die große Variante kaufen, dass du überhaupt dieses Display zukaufen kannst. Also, sie haben schon sehr klar gemacht, dass du das willst, wenn du das willst. Ich hoffe, ich hoffe halt, also ich meine, die Zielgruppe für das Studio Display ist natürlich sehr klein gewesen. Und da hast du ja auch diese Option. Es ist halt jetzt im Bestellprozess, ist es halt eine der Optionen. Und wenn jetzt jemand irgendwie die rechts oben Stufe klickt, ja, dann klickt er halt irgendwie hier 13 Zoll. Ich gehe das mal durch. Natürlich schwarz, 2 Terabyte natürlich. Oh, nehme ich das teure Display oder das nicht so teure Display? Aber das ganz teure ist wirklich eine sehr spezifische. Ich weiß nicht, ob man das hätte nochmal deutlicher machen sollen. Ich meine, wer den Unterschied wahrscheinlich nicht kennt, dem ist das vielleicht auch jetzt auch nicht super wichtig. Aber diese, ich glaube schon, dass die, dass wir nächste Woche sehen werden, dass der Kompromiss ja einfach super hoch ist. Oder ich habe, man hat den schon gesehen, dass das einfach, und es kann ja sehr nervig sein, wenn du so ein Spotlight in dein iPad-Display rein hast, ja. Aber das iPad, das ist halt so eine kleine Fingerbewegung und dann ist es halt nicht mehr diese Lichtquelle direkt im Display, also oft. Und deswegen musst du das sehr speziell. Es ist wahrscheinlich auch nicht jetzt so wichtig, aber wenn du halt im Flugzeug sitzt und hast diese dumme Lampe vom Nachbarn, die oben reinleuchtet und dann hast du ja auch keinen Platz, da irgendwie abzuhauen im Flugzeug. Aber es ist wahrscheinlich auch tatsächlich egal.